Das letzte Mal bei The Last of Us. Siehst du das? Kann ich die streicheln? Psst, du kannst es leise. Schon gut, schon gut. Was machst du? Ist okay. Komm her, komm her. Hey, du. Oh, ist das süße. Mach's auf. Hallo. Das ist echt cool. Und? Ist es so, wie du sehr oft hast? Es gibt Höhen und Tiefen. Genau. Aber die Aufsicht ist echt klasse. Wir müssen das nicht tun. Das weißt du, ja? Was denn? Was bleibt uns Hans übrig? Zum Krankenhaus zu gehen. Und die ganze Sache einfach vergessen. Nach allem, was wir durchgemacht haben? Alles, was ich getan habe... Das kann nicht umsonst gewesen sein. Ziemlich erwachsen, muss man schon sagen. Und weiter. So, dann gucken wir mal... Zu. Du meinst es nur gut. Aber hier gibt es keine halben Sachen. Wenn wir fertig sind... Kannst du das Ziel bestimmen. Okay? Na, ich geh nicht lohnt mit dich. Bring wir es hinter uns. Hä? Wenn wir fertig sind, kannst du das Ziel bestimmen? Was meinten die damit? Dass ich... Ne, ich verstehe nicht. Dass ich sie dann alleine lasse? Sobald sie in einem Krankenhaus ist. Bei denen. Jetzt ist es schon zu spät, Ali. Jetzt hast du mich an der Backe. Äh, was war das? Habe ich das schon mitgenommen? Voll. Okay. Wieso rennen die jetzt eigentlich immer vor? Das gefällt eigentlich bei mir, in der Nähe zu bleiben. Na, das weckt Erinnerungen. Wie kommt? Das war kurz nach dem Zusammenbruch. Ich war in so einer Notaufnahme. Und wo man hinsah. Alle suchten hier nach ihren Angehörigen. Ja, aber kannst du nicht rennen dabei? Die ganze verdammte Welt war verrückt geworden. War Sarah da schon gestorben? Ja, war sie. Es... Es muss schlimm sein, seine Tochter zu verlieren. Zu verlieren, was man so liebt. Tut mir leid, Joe. Schon okay, Ali. Der ist jetzt richtig nett zu ihr. Der war am Anfang so immer voll genervt, wenn sie was gesagt hat. Wenn sie jetzt was sagt, dann... ist das so... geduldig und... fürsorglich. Na, das wurde aber auch mal Zeit, ey. Ich geh gleich weiter. Also, ich glaub, ich muss da hinten über diesen Zaun springen. Ich bin mir nicht... Hey, Joel. Ich hab was für dich. Was denn? Hier. Maria hat's mir gezeigt. Und ich, äh... Ich hab's geklaut. Was denn? Das ist doch nicht schlimm. Oh, das Bild von ihm und seiner Tochter. Heilt er? Ja. Was man auch immer versucht. Die Vergangenheit holt einen ein. Ja, es läuft das. Danke. Kann ich da raus? Okay, das verwirrt mich jetzt. Muss ich hier entlang? Ich seh, das ist das Krankenhaus. War das... Das war da vorne irgendwo, oder? Da ist es. Okay, ich seh's. Okay, jetzt nichts mehr. Ich baue mir noch kurz ein paar Sachen, weil ich befürchte, dass gleich irgendwas passieren wird. Ähm... Ja, davon hätte ich gerne nochmal eins. Okay, ich glaub, das reicht erst mal. Halt, das will ich gar nicht. Kann ich hier was anderes ausrüsten? Das da hier. So. Dann würde ich sagen... Ah, die gehen ja mal weiter. Es passiert eh irgendwas. Dieses Mal läuft es anders. Ich weiß es. Wie meinst du das? Sie werden da sein. Die Fireflies. Ich bin ganz sicher. Ich hoffe, du hast recht. Kommst du ehrlich? Ich traue mich nicht, hier runter zu springen. Es wird nämlich irgendwas gleich passieren, sobald ich hier runter springe. Ich fühle es. Schön. Komm hoch. Ach man, dieses Kind. Und los geht's. Hä? Das ist einfach zu... Oh, was ist das? Da hinten. Oh, da ist auch so ein... So ein... Wie heißt der? So ein großer auf jeden Fall. Nicht schießen, Ali. Nicht schießen, Ali. Wie soll ich an denen vorbeikommen? Von der Seite scheiße. Auf jeden Fall. Uh. Was ist, wenn ich? Okay, passt auf. Ich gehe. Okay, wartet mal. Da steht der eine. Da ist der Ticke. Da läuft ein Clicker. Und da hinten ist nochmal zu einer. Wenn ich von hier runter gehe. Und den dann ausschalte. Darf den der eigentlich nicht mitkriegen, glaube ich. Okay. Und dann. Toll vorbei. Okay, wie gut jetzt? Ach, kommt die ja nicht hoch? Oh doch. Alli, renn! Nein! 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 Ei, ey! Ei, ich gehe da hoch. Ei! Ei, geh weg von mir! Ei! Ei, ich gehe auf! Ei, ich gehe da hoch. Oh, 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 oh! Schau! So. Achso. Komm, Ellie! Komm, Ellie! Komm, Ellie! Ellie? Ellie? Ich muss die erledigen. Ich muss die erledigen, deswegen geht's nicht. Ellie? Ellie? Das ist so dumm! Komm! Scheiße! Komm! Kommen wir jetzt da hoch? Jawoll! Uh, geschafft! Werf die Kirche runter! Wunder! Oh mein Gott! Ich kann nichts mehr machen. Oh nein, oder? Ja, ja, ich weiß schon. Alles klar. Ich glaub, hier kriegen sie es. Komm! Pass auf hier! Das Wasser scheint tief zu sein! Ja, aber was soll ich denn jetzt machen? Hey, was machen wir, wenn du vorbei ist? Du bringst mir Schwimmbach! Ja, das hättet ihr schon mal früher machen können. In einem ruhigen Moment. Just saying. Ich bin jetzt drüben! Okay, Moment! Los, los, los! Uh, das wäre vorhin echt fast ins Auge gegangen. So, Ellie. Hallo! So. Geben wir dir jetzt mal die Leiter runter. Und... Komm hoch! Mann, das ist doch aber auch ein Glück, dass immer zufällig genau da eine Leiter liegt, wenn man sie braucht, oder? So schreiten die euch so an, ist ja doch... Oh, da liegt noch so ein Comic. Ellie, hier ist noch einer von diesen Comics, die du immer liest. Es ist eisig! Wie? Zum Teufel bist du da jetzt hingekommen? Hä? Okay. Weiter geht's. Da hinten war irgendwas. Und noch eine versperrte Tür. Wo wir Ellie durchlassen müssen. Das wäre wohl hier. Okay. Hier mit dem Fuß. Okay. Ich habe gerade gar kein gutes Gefühl. Weil da ist so ein Loch im Zaun. Ich wette, ich muss da jetzt durchschießen oder sowas. Was? Pass auf! Ellie habe ich zwar jetzt mit angezündet, aber... Alles klar? Ja. Ich habe mich nur erschreckt. Mann. Wird echt Zeit, dass sie vernichtet werden. Ich wusste, dass das passiert. Hast du irgendwas für mich? Nein. Mir scheint es echt wieder richtig gut zu gehen. Von meiner Verletzung von damals ist gar nichts mehr zu sehen irgendwie. Also von seinem Verhalten her. So. Jawoll. Das ist ein guter Platz. Können wir uns jetzt ein bisschen ausrüsten wieder. Okay. Pumpgun. Moment mal. Ne. Komm. Pumpgun. Meine Lieblingswaffe. Nehmen wir... äh... Magazinkapazität. Und Pfeil und Bogen. Nehmen wir Reichweite. So. Sieht gut aus. Und dann habe ich ja noch ein paar von den Punkten hier zu vergeben, glaube ich, ne? Heiltempo König. Schwanken der Waffe. Fertigungszeit. Äh... Heiltempo. Das rettet mir nämlich jedes Mal richtig den Arsch, ey. Wie wir gerade gesehen haben. So. Wir gucken jetzt weiter, ob wir hier irgendwo was finden, was lebt. Aber es sieht nicht so aus. Da müssen wir lang. Das heißt, wir gucken erstmal hier. Messer. Ich wusste es. Na bitte. Jawoll, Schatzkomme. Ähm. Uh. Oh yeah, Mama. Ui. Oh. Kann ich... Kann ich... Nein, kann ich immer nicht. Ich brauche Alkohol. Kann ich jetzt? Kann ich jetzt? Ja. So, das wollte ich. Jetzt geht es mir schon viel besser. Ähm. Wir gucken mal kurz unsere Waffen an. Okay, kann ich nicht nachladen. Okay, die ist auch voll. Okay, wir haben alles. Hier liegt nichts mehr. Was wir zumindest nehmen können. Okay, weiter geht's. Aber dann machen wir zum Ausgleich noch ein Messerchen. Oh, kann ich gar nicht machen. Mir fehlt eine Klinge einer Schere. Okay. Dann geht's weiter. Wooh. Sieh mal. Was denn? Da ist es. Ja. Da ist es. Dann würde ich sagen, gehen wir da jetzt gerade mal rüber, oder? Natürlich kommen wir so nicht gleich rüber. Das wäre ja auch viel zu einfach. Jetzt kann ich gucken, wie ich die erstmal hier rüberkriege. So, erstmal gucken, ob es was unter Wasser hat. Okay, da ist nichts. Heißt, ich muss gleich da rein. Dann hole ich jetzt nochmal Luft. Und. Go. Ähm. So. Bin ich denn jetzt hier? Bei irgendwas? Unter Wasser? Bis auf die Leiche, die da unten hängt? Nee. Okay, dann gucken wir mal, was es hier hat. Bitte nichts ganz so Schlimmes. Danke. Aha. Ja, super. Ja, ich weiß. Danke. Okay. So, da gucke ich gleich. Ehrlich, ich bin gleich wieder da. Nur da war noch so ein Flur, den möchte ich mir nochmal kurz angucken. Vielleicht ist da irgendwas, was wir brauchen könnten, oder so. Das gucken wir uns gleich mal an. Nicht, dass es am Ende heißt, ich habe wichtige Sachen irgendwie hier vergessen. Da habe ich nämlich, das möchte ich mir... Ungerne nach... Ungerne nachsagen lassen. Ja toll, hier ist gar nichts. Ich muss da hochkommen. Das war's? Toll. Super. Okay. Ey, ich hätte mir jetzt auch sparen können, ey. Geil. So. Gehen wir da nochmal durch. Und... Nimm das Teil mit. Komm. Okay. Hör auf da. Okay. Okay. Die steigt halt auch nie vorsichtig drauf, sondern die springt da einfach voller Elan drauf, obwohl sie nicht springen kann. Ist so lustig. Äh. Wohin damit? Ah, okay. Scheint fertig zu sein. Ah, okay. Scheint fertig zu sein. Was ist das denn? Tja, jetzt weiß ich was das ist. Äh. Ne. Okay, ich schätze mal ich soll da hoch. Boah, ja, langweilig da halt. Danke für die Hilfe auch, Ali. Und so. Und rüber. Also, geht doch. Jetzt kommen wir endlich zum Krankenhaus. Ich bin schon so gespannt. Wuhu. So, was gibt's denn hier? Sag mal, Ali, warte mal. Du gibst doch jetzt hier nicht den Ton an. Wo sind wir hier denn? Oh, shit.